Geile, tippst in die Gespräche ab und zu dabei. Oh, was seh'n da hinten? Bistö, bot! Woll'n des da hinten, oder? Takt ma! Takt ma! Takt ma! Takt ma! Ja, er ist kein fixes Mitglied. Das ist uns halt die fixe ohne Fähigkeit. Safe. Safe, safe, safe. Sonst könnte ich ihn fix irgendwie auf eine Art und Weise aktivieren, damit ich ihm quasi als Vorteil draus ziehen kann. Klippertation oder was? Es kann, es kann fixes Mitglied. Safe, kein fixes Mitglied. Schaut so aus. Was ist da hinten? Schaut ja noch interessanter aus. Ah, eines anderen Lords. Und da? Ich weiß nicht. Es kann schon gut möglich sein, dass das vielleicht sogar das nächste ist, was wir dann angehen. Könnt, könnte gut möglich sein. Könnt wirklich gut möglich sein. Dass es vielleicht schon der nächste Lord sein können. Dass sie quasi schon so ein bisschen so einen kleinen Anteaserer machen auf den nächsten Lord. Wäre halt natürlich übelst nice. Aha. Dass ich dann so rüber switchen kann, oder was? Was an? Was an? Was an? Ich bin dann auch schon gespannt so ein bisschen so. Die Abwechslung. Abwechslung von der ganzen Umgebung und alles drum und dran. Was da so wieder so am Start ist. Weil ich kann mir schon vorstellen, immer wieder was Neues. Aber ich weiß nicht immer noch gleich, ich würde sicher nicht kommen, ich würde sicher nicht kommen. Das kann mir nicht. Whistee, bitte hier. Der macht rein, zwei Schläge, Brudi. Das konntet nicht。 Wiesokunst net dauerhaft beviesen, wiesooureは denn dauerhaft beviesen? Ja, FrauCry Cave Ver point. Das hat uns zu feiern. Der braucht zwei Schläge, Kadani. Nein, das war noch kein Arsenal, Alter! Mit den ganzen Fähigkeiten zusätzlich. So, mein Hund, so mein Hund. Viel zu schwach, viel zu schwach. Ich warte ... ich warte noch bis sie Level 11. Ich warte noch! Ich bin sehr ungeduldig, aber ich warte noch. Ich will endlich, dass sie mitgelebt. Ich will endlich, dass sie ein bisschen einsetzt. Was hat dir so ausgearbeitet, Hudo? Oh! Oh, aber das ist ja doch die Eule, die wir sonst da so kennen. Scheiß Wespen oder Wespenkönigin oder was? Oh, wie geht's? Nein, es wäre halt extrem nice, wenn sie halt mitkämpfen würde. Nein, das wäre so barbar-mäßig, aber ja, es ist halt nix. Besonders jetzt gegen die Gegner, aber na gut. Ich habe gedacht, das ist jetzt ein viertel heftig, aber nein, 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 nein. Ich gebe ja, mein Tschüss. Ich habe gedacht, das sind ja so Königinnen oder so. Oder Königin. Oder mein König. So eine Eule, die, was wir schon öfters gesammelt haben. Sag, ja, wollte Gott sagen, sag besser nix. Was, was? We couldn't have moved forward without clearing out those Zoogles. I don't know what's got you checked off at me this time, but I suggest you keep your hands away from me. No one asked you to help. Renwell, she healed it's wounds. She's not trying to hurt it. How can you be so- Sie sehen, wie sie mit uns sprechen. Er ist wahrscheinlich froh, um zu sehen einen anderen Ous. Ich glaube nicht, dass Hoodl noch einen vorherrungen hat. Da frage ich mich schon, ob das irgendwie dann später einen wichtigen Grund haben wird. Er hat trotzdem noch das Gefühl, dass er mit uns kämpfen wird. Er hat so dieses scheißfucking Gefühl, dass der mit uns kämpfen wird. Ich denke, dass ich immer so gut bin, wie gut du bist, Sion. Was bedeutet das? Nur, dass ich mich gut bin, ist, dass ich mich auf die Dinge mit all meinen Geist. Aber die Verwärmung ist, dass du eher... Wie soll ich das sagen? Präzis. Es ist nicht so gut, dass ich so gut bin. Schau, das ist wie es ist. Wenn du dich, dann ist das eine Verwärmung. Das ist eine Verwärmung. Du bist immer wieder auf die Verwärmung. Da geht ein bisschen öfters, was du nehmt. Ich würde nicht sagen, dass jede Verwärmung so klar ist, aber das ist Teil davon. Zum Beispiel, wenn ich eine Flüge sehe, dann werde ich oft über ihre Flüge gehen. Definitiv noch über ihre Flüge. Also, wenn ich einen Flüge sehen, ohne Flüge, ich weiß, dass sie ein leichtes Ziel sind, weil sie nicht aus dem Weg, während sie in der Luft sind. In deinem Fall, ich glaube, dass es einfacher ist, dass du mit Flüge auf den Flüge stehen, oder? Definitiv. Dinge, die in Zirkel herum fliegen können, sind ein echtes Schmerz. Genau. Es ist wichtig, dass deine Flüge in Bezug zu halten. Wahrscheinlich. Aber deine Flüge haben den zusätzlichen Vorteil von unglaublichen Flüge. Also, es ist leichter, die Materialien von ihnen auszupfen. Und es hat wirklich geholfen. Es ist nichts. Es ist wirklich nichts. Als lange, dass du dein Teil weiterführen, wenn wir kämpfen, würde ich sagen, wir sind einfach. Ich finde das immer Wahnsinn. Ich finde das so gut geschrieben von den Charakteren. Du nimmst dir einer das alles ab. Ich meine, du kaufst dir einer das alles ab. Wie sie so drauf sind, etc. Um einiges. Schaut zwar irgendwie so ein bisschen hülzert aus, aber sonst. Nice. Nice. Was hast du denn sonst noch so alles? Ab, äh, so. So hast du denn schon wieder? Okay, passt. Okay. Passt. Stepperdicht. Einiges gestiegen. Einiges. Einiges jetzt gestiegen. Ich bin überrascht, dass es hier auch gibt. Ja. Es gibt mehr davon. Ich habe gefunden, als ich dachte. Safe. Safe, safe, safe. Die Bauern, die Bauern mal eine kleine Abkühlung. Vielleicht kann man da vielleicht irgendwas saftiges Gutes raushauen. Ich zeig ihn mal her. Dann müsste ich kaufen. Müsste ich safe kaufen. Aber wenn es so ein All-in-One-Paket geben will, Pudi? Wieso nicht? Aber ich glaube, da ist schon der ein oder andere Teaser dabei. Was... Ja, der ein oder andere Charakter am Start ist. Ich glaube, ich habe mich definitiv schon mal... Krankischer Abschluss ... Oh. Da... 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 Das Ganze... Ohhhhhhhhh.' Ja-ja, wegen dem ganzen... Bei Game-Ware kriegst du zusätzliche Sachen und so. Alles daran. Säugle. Verstand. Du musst mir jetzt aber zeigen. Also hast du was wahrscheinlich verpasst. Tja, aber... Wann es nicht Rennens, die von RennDIO gekommen ist, die hier zu Rennoser bringen? Sie sind nicht nur Rennasen von Rennas. Jedes von ihnen wurde modifiziert, um ein bestimmtes Ziel zu verabschieden. In Wahrheit, einige Zeugels wurden von den Zutaten von Dana-Denä. Oder so habe ich gehört. Was? Sie Rennas können nicht nur die Menschen auf dieser Planeten stoppen? Sie hatten auch unsere Natur? Du kannst immer alle, die du willst. Aber wir haben größere Fisch, die zu frieren. Also? Willst du mit mir arbeiten oder nicht? Interessant. Ich will. Es ist in beiden unserer Augen. Sehr interessant. Ich glaube, dass es sich trotz... Ich glaube, dass es spielt aber trotzdem noch davor. Okay, die ganzen Blaulereien kann man auch immer wieder... Ich will mal sagen. Also. Was kaufen wir? Irgendwas Erfrischend, ne? Ooooooh. Aber so ein Sandwich Obst- Noo, ich hab's ja gesagt, ob irgendwas so leckeres, erfrischend ist. Geh jetzt schon dazu. Geh jetzt schon dazu. Geh jetzt schon dazu. Ja, ja. Ich hab das... Irgendwas Erfrischendes gehört dazu. Aber gar das war bloß. Danke. Hat's nicht geschmeckt. Ich will immer irgendwie, wenn möglich, was neues, frisches zaubern. Unbedingt. Oh ja, da hab ich ja gleich das Gefühl, dass ich gegen die Dinger da kämpfen kann. Das wär's. Wie aus? Ich denke, wir gehen hier dann? Alles okay, Surfer? Ja. Es ist nichts. Was ist das? Ein Ring? Es war meine Wälder. Deine Wälder? Du hast niemals nichts über die Dinger zu hören. Interessant! Schön hau zu hören. Und man hat auch gehabt 6. Single Leben. Und dann ist sie weg? War das die Renans? Okay, ich glaub das war... Nein. Sie war sick. Ich konnte nicht die Medizin, die sie brauchte. Und dann war sie weg. Ich wollte immer die Welt zeigen, wie es könnte sein. Entschuldigung. Das ist extrem hart. Nicht so. Es gibt viele Menschen, die mehr von Ihrer Sympathie haben als ich. Aber... Los geht's. Hm. Hm. Das ist was. Uh. Wir neue Gegner. Aber davor muss jeder erst noch eher exaktivieren. Was ist mit diesen Kolumnen und Steps? Hm. Keine Idee. Ich war auch noch nie hier vorher. Renans Convoy Squad haben wahrscheinlich das in der Vergangenheit genutzt. Ich glaube, dass wir uns alle einfach zusätzlich thematisieren würden. Wie viele Themen? Nein. Und ich bin nicht interessiert in lernen. Was das genau sein soll. Okay. Ja. Geht's von Dungeon zu Dungeon. Aber die fragen sich halt wirklich des und des. Hm. Finde ich schon sehr... Wichtig. Wichtige Information auch. Da muss ich mir wirklich sagen. In dem Fall. Pipi fein, Leute. So sehr kümmern sie sich gar nicht normal. Viele Spieler um die ganze Spielwelt und alles drum und dran. Sondern sie... ...begeben sich wirklich sehr, sehr mühe. Ich will endlich, dass sie kämpft. Ich will endlich, dass sie mitkämpft. Ich warte schon so dermaßen drauf. Ist denn zwar noch ne... Wo... Der haltet etwas aus, mit das du dir eigentlich jetzt meine neue Waffen dazu gekriegt hab, oder? Bist da eifert? Huch. Bauen wir jetzt mal eine Fische an. So vom ersten Blick. Bist du da eifert? Tavara. Da kannst du die austoben. Da kannst du die austoben. Da musst du weggehen. Da musst du weggehen. Die anderen zwei, alter. Wagenärmer warmeier, super. Und ich fliege und fliege und probiere und probiere, alter. Da merkt man schon wieder, wie schwach wir eigentlich sind. Mh, Seal! Der will die Fix des nehmen. Safe! Safe! Geht sich dann halt sonst nichts mehr aus, aber das weiß man dann wieder wert. Geht das perfekte Ausweichen, Sternenstab... Mh... Wir haben halt relativ sehr, sehr wenig FP, Miriam. Sehr, sehr wenig, aber dafür ist sie wenigstens schon mal elf. What? Oh! Oh, ich habe mir gedacht, die sind wieder nur zur Deko da! Ich hätte mir gedacht, die sind nur Deko, Alter! Vicky! Hopala! 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 Der wird jetzt auch kaputt, Eko, Alter! Nur Deko! Oh! Ending zwar eigentlich auch auf dem anderen Gegner... Okay, ja, der andere Gegner ist auch schon wieder ich. Aber dennoch... Pfff... Ist das noch die... Das ist eh noch die richtige Richtung. Hupfen wir ins Wasser! Immer schwimmen rund! Schau, ob's kalt ist! Wer weiß, wie's draußen ausschaut, bei der anderen Seite! Es muss sein, das kalt ist, das aus Syslodia! Eis, Eis, Baby! Gewöhn' ich besser dann... Das ist ja nett! Oh! 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 Heier! Oh! Rinnwell! Wie würdest du sie reinpüren, was wir von Syslodia erwarten? Oh ja! Hm hm! Wir sehen! Wiss ich irgendwas aus dem Bücherl vor... ...und dadurch kann sie vielleicht den ein oder anderen Schaden zu fügen? So feuerbällermäßig oder irgendwas so elementar? Oder vielleicht ist sie eher so eine Supporterin. Mehr Angriff, schneller aufladen, dieses jenes. Mehr kritisch. Ich kann ihm auch relativ gut vorstellen, dass sie eher mehr so die Supporterin sein wird. Wir sind überall. Wir sehen uns bei allen Zeiten. So? Rennin ist ein Teil der Leben in Kalaglia. Die Unterschiede ist, in Ciclodia, es ist nicht nur Rennins. Sie haben Dannins, die sich auf sichern. Oder in anderen Worten, es sind die Snake-Eyes selbst, plus alle ihre Klein-Time-Informen. Alles, was es braucht, ist, dass jemand auf dich schweelt, und es ist direkt ins Läber-Camp. Keine Fragen gefragt, keine Good-Beyes. Natürlich, die Informerinnen sind sehr süßlich für ihre Dezitt. Jeder hat immer nur ein Eier öfter. Warte, um den Moment zu informieren, bevor wir... ...dann wir... ...dann verbetzt du auch jeden. Wenn du den Mörderhung hast, etc. Was denkst du von uns? Ich schau, wie du dann krepieren bist. Hör zu sagen. Obwohl, nicht von Ciclodia nicht zu sein, würde wahrscheinlich helfen, ehrlich gesagt. Mehr vertrautvoller von Outsider, als auch deine eigenen Leute. Warum geh mit dem? Warum nimmt niemand einen Stand? Ich schau, was. Ich schau, was. Ich schau, was. Ich schau, was. Nicht alle sind stark genug für den, Alphen. Ich schau, was. Das ist weshalb der Welt braucht Menschen wie uns. Ich schau, was. Aber doch, ich kann noch nicht. Ich schau, was. 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 Ah, gut zu wissen. Gut zu wissen. Gut zu wissen, gut zu wissen. Interessant. Interessant. Wäre auch geil, Leute. Sie sind unter Wasser. Kämpft einfach weiter. Boah. Das wäre arg. Das wäre wirklich arg. Sehr arg. Sehr arg. Ich hätte gern gleich die fünfte Leiste. Also da ist dann halt natürlich wieder praktisch, wenn du halt sagst, okay passt, entweder ich wechsle gleich zum nächsten Gegner. Und du scheißt auf ihn, wenn er halt wieder die gibt, wo ich möchte. Er kann sich halt wieder so dermaßen austoben. Teamfähigkeiten etc. Barbermäßig. Barbermäßig. Da hast du aber wenigstens wieder ein bisschen was Längeres zu tun. In den Kämpfen nicht wieder in 10 Sekunden bist du fertig. Da kämpft halt einfach. Da kämpft halt einfach. Da kämpft. Das ist schön. Und sie stehen auch wunderschön da. Ja, ja. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sie sind wunderschön da gestanden. Es war natürlich gefeiert, wenn es auch zu so einem anderen auch gegangen wäre, aber ich hatte eh auch was abgekriegt. Ja. Ja, Mann. Okay, okay. Immerhin. Irgendwas neix. Ja. 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 Aua. Ja. ipp…. Ich komm amseliggeimbus. curvature,哈哈, auf die Montana. Oh, da mach ich jetzt aber ne kleine Runde zu dem Miniboss. Da muss ich halt vorbeischauen, da muss ich halt vorbeischauen. Da muss ich halt ausprobieren, wie stark das. Also wenn es da gleich mal so ein 50er ist oder sonst was, oder? Was der? Ich bin Felek. Ich bin definitiv Felek, oder definitiv. Der macht scheiß Laserstrahlen. Der macht scheiß Laserstrahlen, oder? Ich glaube, er wird deppert. Oh, doppelt gemacht. Oh, er hat zum Beispiel noch nie gehabt. Aha. Aha. Ficke, woher da ficke haben? Kein extra, und tschüss. Ah, ich hab da auch gehabt, da gehen sich sogar die 30 Treffen raus. Es wäre schon sehr sexy gewesen, die 30 Treffen. Ich bin gespannt auf den Boss, der was vor uns liegt. Da bin ich gespannt, und ich hoffe, dass ich da trotzdem nur den einen oder anderen Gegner vor mir hab. Bist du da, ich hab gleich drei von deinen Wichsern, oh, was der Nummer, weißt, sie gehen immer gleich aufs Ziel los, das finde ich interessant, das finde ich wirklich interessant, dass die gleich immer aufs Ziel losgehen. to Aber sie, es hilft eh, es hilft eh, aber die HP, please nicht, es ist halt das Problem. Bist DuEppard . Dann kann wieder die Nächste happen. Die Nächsten HP, oder? Ja, wichtig, 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 wichtig.inter bladder. So, nächste bitte. . Denhauman, denhauman, denhaumaan. No,purpose my ned, brauch my ned, brauch my ned, brauch maar ned. So schnell wiedergekommen wurde, ich boxte. Je länger du, glaube ich, in dem scheiß verfickten Kampf bist, umso mehr Kampf machen, glaube ich, gefühlt. Auch okay, auch okay, definitiv. Nix. Aha, da oben haben wir schon was. Aber gefühlt, merke ich, der hat auch noch keinen Unterschied für dich. Ist ja auch relativ stark. Das muss man schon sagen. Sie sind schon sehr stark. Ah, gefühlt, ich habe ausprobieren, wie sie wieder in der anderen Welt ausschaut. Ob ich doch einen Schwung gemacht habe oder nicht? Mhm, Gott sei Dank hast du mich keilt, Gott sei Dank. Ah, den haben wir jetzt schon. Und dann kommen wir wieder in die Koalition-Bereich. Na, super. Wo sind wir denn da? Ich glaub das Ding schaut irgendwie so aus wie ein Bild. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ah, Orangenschilie. Sehr gut. Das ist nicht dein Run-of-the-mill-Enemy. Und? Ah, das ist 15. Ist okay. Wenn wir sie nicht zu deppert anstellen... Schaffen wir es. Will ich jetzt behaupten. Will ich jetzt definitiv behaupten. Wenn wir sie nicht zu deppert dabei anstellen. Okay, wenn da noch so ein paar Wurzeln und sonst was dabei sind... Dann glaube ich doch nicht. Ja, ich würde mich gerne einmal auf die konzentrieren. Weil die könnten vielleicht sogar das Entscheidende sein im Kampf. Da können sich alle nur fern konzentrieren. Das wird mir schon wichtig. Es ist mir sehr, sehr wichtig. Dass sich alle nur fern konzentrieren können. Ah, das ist der Arsch. Aber... Da werde ich das gleich mal mit einer Orangen-Chile. So, Scheiße. Das ist voll schön. Aktiviert, gell? Definitiv. Aber... Aber er ist nicht hier, oder? Nein, nein, er kämpft eh noch. Er kämpft eh noch. Mir ist halt extrem wichtig. Mich hat halt einfach das auch nicht erwischt. Das ist halt das. Ja, eine Bodenattacke von der Gis. Das ist natürlich. Das ist wirklich ein Mensch. Wir haben das... Aber... Wir haben... Wir haben... Passt. Jetzt kann ich mich nur auf er am konzentrieren. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt können wir schon ficken. Ja, der hat da was. Schön gebrochen. Sehr schön gebrochen. Sehr wichtig. Das muss jetzt reinfetzen. Das muss jetzt reinfetzen. Das muss jetzt reinfetzen. Es... Oh. Hab sich ja gefühlt wie... War nix. Wollte ich mich auf den Angriff? Hier, lass mich helfen. Oh. Wollte ich da... Klapp auf ausweichen. Ich hab das Gefühl, dass mir eher Schaden macht. Irgendwie, ich weiß nicht. Ich will zwar aber gerne ausweichen, gell. Ich hab... Ich drück aber die ganze Zeit auf Ausweichen, gell. Hier, lass mich helfen. Okay. Ne, 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 ne. Ah, ah. Ah, fast. Fast hätte ich das zum Brechen gebracht. Aber fast. nicht hier jetzt? Ha. 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 Ist das jetzt schon so falsch? Da haben wir den Scheiss dazu. 二. Meiss ich da eh. Weiss eben wie. Weiss echt wie gefickt werden. Gewärm, gewärm, gewärm. OOOU, schmeckt, schmeckt definitiv. Vielleicht sogar die andere Seite, damit wir das wieder brechen können. Da wär ich schon immer rot, die zu fang. Ja, das ist ein Zehberg. Oh, oh, wut, 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 wut. WIIN A MINUTE, da wär mir ja definitiv fehlen. Weil dies, da lass man nicht locker, aber die BUDE, die HP liebste. Das ist das Problem. Aber sie kann, sie kann mich noch heilen. Das ist ja normalerweise. Normalerweise. Kann sie mich heilen. Digi. Noch mal langsam suchen, dass sie es doch nicht schafft. Besser ist. Besser ist. Besser ist. Es hat irgendwie nicht gut ausgeschaut jetzt grad für uns. Aber hey. Wieder ein kleiner Minion Boss. Gern Schliessler. So für die Tore. Wahrscheinlich. Hoffe ich mal. Oh, ich sah das in einem Buch. Diese Dinge sind viel wert. Du bist ein kleines Buchwärm. Aha. Wichtig und richtig hätte ich gesagt. Besser gesagt. Zeig dir mal. Ja. Das wäre ja klar. Oh ja. Oh ja. Grad die Verteidigung von ihrem. Grad die. Grad die. Sagen wir bei ihr her. Hm. Hm. Schon noch allgemein. Und da haben wir natürlich auch was. Die Gesegler. Wo wie ihr das wieder. Wo wie ihr das wieder. Wo wie ihr das wieder mit dem Gifte. Scheiß Wichser. Hei kann ihn wieder. Hei lässt sie sich. Äh. Macht sie nix mehr. In der Richtung. Muss aufpassen. Muss aufpassen. Der teilt aus. Der teilt aus. Der teilt aus. Das ist nicht normal. Das ist wirklich nicht normal wie der aussteigt. Das ist ein Wahnsinn. Und tschüss. Oh. Finisher. Komm schon. Mhm. 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 Finisher. Sehr gut. Abforschläge. Abforschläge. Sehr gut. Abforschläge. Abforschläge. Jetzt können wir das Abforschläge was man glaube ich verloren haben. Ja. Jetzt kann es ein bisschen kalt werden. Gell. Jungs und Mädels. Anuli. Ja. Es ist nicht gut. Nnnn. Ich bin sicher. Jetzt haben wir gewonnen. Mhm. 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 Ja. Was ist die Seite. 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 Und wir machen zu zweit, zack, 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 das wird nix, und es wird nix, und es wird nix, und es wird nix, uhr traurig, uhr traurig, wie geben und geben und geben, sogar speziell tanken, speziell Mäken, um sogar noch stärkere Waffen, um einige stärker, oder nix, nix, schmutz, aber das erwarte ich mal, sowas erwarte ich mal, einfach so dermaßen extrem, neues Gebiet, du bist gepackt, du fühlst dich wieder wie ein Anfänger, und das finde ich geil, und dann, wenn du wieder das Gebiet von draußen bist, dann fix dich, fix dich wieder, kurz bevor du wieder draußen bist, aus dem zweiten Gebiet, oder wie auch beim ersten Gebiet, du fix dich und wartest einfach so, oh, ich hätte gern noch mehr Gegner, wo sind die ganzen Gegner, in die Starken, und dann, nächstes Gebiet, bam, vollst mal wieder voll in die Fresse, und das finde ich so, das finde ich so gut gemacht. Not much further now, the exit will take us straight into Ciclodia. Hm. Hm. You're brooding again. What's eating at you? We defeated Balsif and liberated Kalaglia from the Renans. Now, we're on our way to rescue our fellow Danans in Ciclodia. I'm committed to helping our people. You know that. But then, what happens after that? What's our endgame here? Good question. The Danans vastly outnumber the Renans. Yet, we rarely take up arms, because we know that when it comes to firepower, we don't stand a chance. Even if you succeeded in overthrowing the Lords and freeing Dana, then what? Lenigus would still hover over us, the Renan Motherland behind it. If they so desired, the Renans could potentially use their might to wipe us off the planet in a second. No matter how powerful that blazing sword of yours is. So what you're saying is, we don't stand a chance. So what the heck are we even doing? There's no sense in discarding today's victory for tomorrow's loss. If fighting yields even a single day of freedom, it will all have been worth it in the end. Definitive. Maybe that's the day we make preparations for the battle that will free us for good. Speaking pragmatically, the fact the Renans don't exterminate us all in spite of their technical advantage has to mean one thing. They need us. It's up to us to put a dent in their armor before they cotton on to our plan. That way, we force them to the negotiating table. You want to negotiate with the Renans? It's galling, I know. But it's the only way to survive while securing our freedom at the same time. That's... 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 But you can say... We can't... If you lot are done properly, there's a Lord who can do it for them. What about you, Shion? What do you plan on doing after we've given the Lords the boot? All I know is, my reasons for fighting aren't the same as yours. I'm through answering these pointless questions. Good. Wieder. Mal. Sehr. 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 Gut gemacht. Ah, ein Schneegebiet, wie ich's gesagt hab. Baba mäßig. Nice. Hoffen wir, dass ich da vielleicht irgendwo auch dann in der nächsten Zeit ein Lager fier. Wie weit ist es in das Kapital? We still got a ways to go. Also, the Zoogles here are different than the one in Calaglia. Got it. Sounds like we should make sure we stick close together as we keep moving. Agreed. Hey, Shion! It'll be hard for me to use my rifle in a pinch if we're all bunched together. I'll follow behind the rest of you. Right. Makes sense. Hmmm. What's up with her? She seems even more up front than back in Calaglia. In case you forgot, we're in enemy territory now. If you don't get serious and focus on the task at hand, you'll be inviting trouble. Hmmm. Vollend war aber nur so gut. I think that's just the way she is. Plus, you have to remember. With those thorns of hers, she's probably not used to anybody being all the same. The fact that you can't be pain means you'll probably end up getting closer to her than she's used to. You really think so? We're talking about someone who came down to Dana all by herself. But you don't see her homesick for Lenegas at all, do you? No. That alone speaks volumes about how difficult her whole situation must be. Yeah. It's your job as her partner to understand that. Give her the support she needs. You two are going to be stuck together for a while, so the sooner you make nice, the better. Make nice? Yep. Now come on. wollten das sehr gut und dann mal wenigstens auch klaren lager nur in einer anderen oder wie oder was schaut so aus schaut so aus wir haben so ein winterfeld wird wird definitiv interessieren ob da was gescheit weiter gegangen ist wie viel haben wir in kalaglia sehr sehr lange warten kann ich da glaube ich ich glaube das bestellen wir es wieder freitag sushi time Was ist das denn? Ich kann es nicht genießen, weil ich einfach so viel Leben verloren habe. Aber war ne geile Fähigkeit anscheinend. Ich hab mich einfach ganz normal hinschlägt und ich hab so hunderttausend Spezialfähigkeiten. Super. Super. Kann ich da einfach nehmen? Oh shit. Oh shit. Ich hab gleich noch ein Horns Hund zu mir. Super. Fällt mir. Start mich schon, Alter. Spiel mit dem Lieb und Tod, Alter. Das ist okay, Alter. Ich hab das Gefühl gehabt. Hat schon Fuß gehabt, dass ich mit dem Hand ran bin. Ich glaube, ich hebe mir den trotzdem für den Post ab. Aber ich finde es super, Alter. Finde ich wirklich super, dass du jetzt wieder einen neuen Gegner hast. Auch wenn es jetzt nur ne geupdatete Version ist, aber dennoch. Baba mäßig. Baba mäßig. mmh, mhm, 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 mhm. Ich vorn mich schon wie die Fähigkeiten dann auch schon, wenn wir zu dritt oder zu viert irgendwie sind. Hm. Ich vorn mich schon wie die Fähigkeiten dann auch schon, wenn wir zu dritt oder zu viert und sechs. Aha! Neue Gegner! Zum Martin! Das ist aber ein bisschen sehr geholz mit dem Martin, oder? Wie er noch mal gesagt hat. Schon wieder was in der Luft passt. Mir ist es wurscht, ich kann mich auch in die Luft auch aufbefetzen. Mir ist es wurscht. So weit oben sind die jetzt aber auch wieder rein. Also du kannst überhaupt gechillt angreifen, mein Geh, voller Wäsch, voller Wäsch. Ohne das jetzt irgendwie auch behüpfen muss, sonst was. Ich brauche meine FP, ich bin ein FP, ich bin ein FP, ich Gerzenbudi. Machen wir erstmal den kleinen, hätte gesagt, machen wir erstmal den Plan und dann schauen wir weiter. So, schmeckt. Und die Schwachstelle ausgekostet, ausgenutzt, dann alles drum und dran. Ah, der hat schon, hat schon hungrig ausgeschaut. Der hat schon den bösen Blick gemacht. Der hat schon den bösen Blick gemacht, sind sicher. Ich brauche das, ich habe nie gewusst. Du bist mein. Ja, 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 ja. Ich bin ein. 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 Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ah, da haben wir anscheinend auch eine gescheite Hütte. Oh, das ist die. Papp. Es ist vorbei. 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 Mach's vorbei. Scheint war ich definitiv zu langsam, obwohl ich gleich drauf drückt habe. Okay, es war vielleicht aber auch noch vom... Anderen. Köter. Das glaube ich eh. Na, das hat aber nicht so noch einen anderen Köter ausgeschaut. Aber ist ja wurscht. Für die Kombi. Attack. Würde du dir ein bisschen warm-up aufnehmen? Sind es nicht Leute da drin? Du solltest dich selbst entweilen, wenn du die Chance bekommst. Ich glaube, es gibt keine Diskussion mit dem. Mhm. 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 So wenigstens so eine kleine Gelegenheit ausnutzen. Mhm. Den können wir eh schon. Den Kaufmann. Wie gesagt, den... Typen kennen wir ja schon, oder? Aha. Metall... Tell me here. Gift Amulett. Schock. Granat. Krieger. Element... Wird. Also... Genau zu dem fehlt mir was. Danke. Mhm. 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 Muss ich jetzt was nehmen, oder was? Ja, dann nehmen wir halt... halt das, ja. Und damit noch halt irgendwas gemacht haben. Ich wär halt natürlich auch ein bisschen auf Angriff gegangen, etc. Fünf kur? Fünf kur? Nöne kur? Nöne kur? Nöne kur? Nöne kur? Definitiv nöne kur? Okay, freut's mir. Mhm. Mhm. Natürlich, wir werden natürlich mit ihr reden, ist eh klar. Hm? Und wie sind wir wieder Hunger? Und wie? Just great. Alright. Nochmal, nochmal. Und wie schaut's aus? Das ist mir nütschig. Oder haben wir einfach nur ein neues Rezept? Okay. Achso. Right. Geil, Leute, geil. Friss das verdammte Zeug, du Stück Scheiße. Friss das. Was? Oh, mein Geil hat umgleich dreimal. Na bist du deppert. Na bist du deppert. Sie sollte besser sein. Ob der Hindler vielleicht doch was Neues fliegt sich am Start hat. Nicht nur. Die Sahne. Weizen aber eh mehr ist genug. Huuuuhuhuhu. Uhuuhuuhuuu. Uhuuhu. Uhuuhu. Let' mal erwerben, weil da bist du putz. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Aber schade, dass halt deres bei ihrem halt nix positives ist. Ist Wurscht. Hauptsache stärker. Aha. Hauptsache, stärker. Alter, bei ihr habe ich voll drauf geschießen gehabt. Aber da fehlt mir wieder ein Steinfragment. Auf sie habe ich voll drauf geschießen. Fuck, fuck. Okay, und okay. Zubehör, aber dafür haben wir. Ich will halt kriegsen. Ich will halt ein bisschen von den Angriffen her stärker sein. Durchdringen auch nicht schlecht, Feuer, Lähmung, Anomalyen. Es kommt halt immer drauf an, in welchen Gebieten bist du, wie halt die Gegner so drauf sind und etc. Aber, zu guter Letzt, bevor dann wieder eine große Pause entsteht, will ich gerne mal... Okay, na, FP. Naja, wird sich gar nichts ausgehen. Moin, Digi! Wieso kommst du jetzt? Genau jetzt, wo ich eine Pause machen muss. Digi, es tut mir wirklich sehr leid. Aber wir müssen sich leider verabschieden schon wieder. Sorry, Digi. Wir sehen sich halt dann leider später wieder. Leute, damit würde ich sagen, haut rein bis zur nächsten Folge. Und ciao.